Vor nur 20 Jahren nannte man es noch die schlimmste Sportart, die je erfunden wurde. Ich erinnere mich noch an diesen Blick auf, was fährst du denn da? Aber sie wurde zu einer Bewegung, die nicht aufzuhalten war. Die frühen Jahre des Snowboards kommen bestimmt nie wieder. So wie der Rock'n'Roll in den 50ern. Die Skiindustrie wollte, dass es wieder verschwand, aber es verschwand nicht. Ein Film erzählt nun die Geschichte einer Revolution auf den Pisten der Welt. Aus der Sicht von vier Generationen von Snowboardfahrern. Sie sind jetzt Sportler. Kein Abschaum mehr. Es reißt einen richtig mit. Es ergeben sich einfach so viele Möglichkeiten durch das Snowboard. Das wird mir jetzt klar. Ich glaube, jeder Tag hier wird der schönste Tag meines Lebens. Terry ist für sich der beste Snowboarder der Welt. Erleben Sie jetzt... Alaska Heli One, wir landen zu unserer ersten Abfahrt. ...wie sich fünf der besten Snowboarder der Welt auf den Weg nach Alaska machen, wo sie auf einem der letzten unberührten Gletscher Geschichte schreiben. Es gibt keine größere Herausforderung als diese Berge. Weiter fliegen wir nicht. Ihr seid dran. Universal Pictures präsentiert... ...keine Sicherung... ...keine Sicherung... ...keine Spezialeffekte... ...keine Stunkdouble. Wenn man nicht bereit ist, sich in Lebensgefahr zu begeben, sollte man gar nicht herkommen. ...kich sind die erste Abfahrten zu kommen. War der cooper中 Meetupstil.